Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Blue Shark. Der Blue Shark ist ein prickelnder, mittelstarker Cocktail. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 2cl Quantro, 1cl Blue Curaçao, Champagner, etwas Orangenschale, Eiswürfel. Folgende Utensilien werden benötigt. 1. Shaker, Strähner, Sektglas 2. Zubereitung Eis in einen Shaker geben, Quantro und Blue Curaçao hinzufügen, gut durchschütteln, in ein Sektglas abseihen, ein Stück Orangenschale in das Glas geben, mit Champagner auffüllen, sofort servieren. Noch einige Tipps Für Champagner kann man auch Sekt oder Prosecco verwenden. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!